Boah, Leute, willkommen zurück wie, oh Gott, ich glaube nicht, dass ich das wirklich mache, aber ich, 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 Zlender, ich muss ziemlich bekloppt sein, ey, dass ich das jetzt mache, oh Gott, ich habe, aber ich wollte mal testen, wie schreckhaft zu spielen, und, und wir haben ganz kurz spät in der Nacht, und wahrscheinlich werde ich heute nicht mehr schlafen, Das wird, das wird so, oh Gott, was ich mir da jetzt antue, ist unbeschreiblich, oh mein Gott, ach, wie schlimm kann das schon werden, Oh Gott, ich kriege, ich kriege hier schon Panik, ey, ja, ich, 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 Gott, es hat noch nicht mal angefangen, und wenn ich jetzt schon Panik kriege, ist das ungesund, so, wo sind wir jetzt überhaupt, also, na gut, also, erst mal ein bisschen Zoom-Slender, wir sind in so einem beschissenen Wald, wir spielen irgend so eine Frau, die hier rumgeht, und, äh, ich sehe nix, wo sind wir, müssen wir nicht irgendwas in der Nähe sein, so, wir sind Hobbylos und laufen deshalb im Wald herum, oh Gott, ey, kann jetzt nie mehr, nein, 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 hier, ich, 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 ich bin der Mann, und das werde jetzt durchziehen, ach, komm, so schlimm, so es gar nicht, wir laufen, hier voll gechillt, hier durch, und wir sind ein bisschen blöd, dass wir hier immer so voll gechillt durchgehen, da war, schön, dass wir irgendwo mitten reingespart werden, ich sehe auch nix so richtig, komm, dann ja mal ein bisschen, oh, oh mein Gott, ich werde jetzt schon schreien, hier, hier muss doch irgendwo irgendwas sein, die doch gottlichkeit anbau Robert Baum Robert 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 und ich Robert Robert oh mein Gott neue Pause Pause, bis gleich so Leute, es geht wieder weiter oh ich hab die erste scheiß Seite oh, ganz ruhig ganz ruhig es ist nur ein Spiel scheiß weg, ich hätt ja nix aus oh Gott quasi konnte ich hasse net wie peinlich ist das denn oh, ich glaub, man sagt, oh, was war das? ne, der ist so ein Baum scheiß weg oh Gott, oh, Gottes Willen oh, Gottes Willen, wo sind wir? was das denn da? ach, ein Zaun oh, einfach rein, einfach rein, einfach rein, einfach rein einfach rein, einfach rein schön, dass ich so viel sehen kann oh, Gott, das will ich ich mach das gar nicht 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 es ist nacht, es ist so arschstunken hier nicht ich oh, was ist das denn oh, Slenderman was? nein no lauf wo ist das? wo ist, wo ist der denn? wo ist die page wo ist die patch wie hier ist nix waldschwein wie hier ist nix die kann lassen sein komplett doch auch mann ich will nie mehr wie so weit das ruhig wo ist der auf wo ist und schild schild Schied mein Gott er noch da Schied Lauf euch hat nur eine Seite gefunden es ist ja mehr als peinlich UG jetzt auch ich war ich spiele sein die Fallschmerz sein ich finde nur eine Seite lauf hier quer durch den Wald und einfach hier am Rande laufen einfach am Rande Arte Ruhr Lauflauflauflauflaufen auf Lauf und erleben Lotto Spaß so wird zu leben oder oder wird zu sterben Sender das ist so der Fehler die Witzenden machen kann bloß nicht nach hinten gucken Laufthof Laufthof und sexo ganz ruhig du lebst hast du lebst das ich habe mich nicht mehr in den nächsten Kumpel mit der Saison vor eine Beite doch und ich wollte hier so was sagen die ÖZP Jürgen 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 Elijah Urgen T 걸�ılı wird da reingehen so es so auszunehmen zunächst auf ein die % NIE die Lobdorfer Windsor 19 SS 19 St C um um hier muss aber an der Nebel nervt auch ein bisschen ich kenne wirklich wenig hier und dass die Taschen an immer hier auf dem Boden auch Gott der Städter bestimmt gleich rechts oder links oder oder hier nach gut auch das ist eine zweite Seite Nenem 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 zwei Seiten mehr müssen anfangen ich will zumindest vier Seiten haben dann und dann als Wachaufwand muss ich sagen und lauf 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 das ist ein steiner ich habe ich habe schlitten zu lernen eigentlich oft gesehen das ist eigentlich klar blamabel dass ich den Schiss hat das ist ja das rechts das nicht hätten Augenwinkel gesehen bei J keine Angst dass sie mich in so komisch ist Fremden Rennen 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 ich habe ihn zwar nicht gesehen hat trotzdem werden die ist komisch zu flackern sagt schon alles oh verdammt jetzt hier ist Ende im Gelände es ist so dunkel ich sehe nix blöde Nebel er ist so peinlich hier ich hätte nur die Phase 1 4 jetzt ist es wird natürlich schlimmer und ich will es dass es schlimmer wird denn das nicht ganz ganz so peinlich ist wie jetzt Gott kann ich mich da hat er über die Lübe Uwe Schott Joghurt Böscher Köln ich habe keine Angst vor uns Lender der Zylinder hat Angst vor mir wird schon den Nebel gibt er so oft Kekse ich kann nix geben kann sein mit der Bissung Fallschätzung Uwe Uwe Leck mich doch Uwe Uwe du kannst mich machen zauern wo bin ich heute erste mal nach links und rechts gucken scheiß ich kann doch ich kann es sein auch welchen da hat würde ich das auch wir sind ja wieder sind geschissen baum damit schon die erste seite ruhig dahin gucken und Gottes Willen und Gottes Willen ich brauche eine Pause ich brauche Pause bis gleich weiter geht's das ist der letzte Versuch wenn ich jetzt wieder Panik kriege dann muss ich das morgen üben mit oder manche Neuaufnahmen halt mir versuche ich jemanden dafür zu finden boah alter nein oh scheiße oh jetzt habe ich eine Erdtasse gedrückt oh ich bin so dämlich also normaler Scheiß oh komm ich habe Leertasse gedrückt oh komm oh man kann das Licht ausschalten oh ey Gott ich habe so Nerven wie sonst was dass ich das nicht packe das ist das ist schon wenig peinlich aber ich werde es trotzdem hochladen denn ich werde euch einen Lernfortschritt zeigen wie man halt sich gut erarbeitet also da ja halt boah das ist 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 grauenhaft das Spiel einige Leute von euch kennen mich und werden mir es nicht glauben wahrscheinlich dass das das ist real war ich 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 nachher Riesen Monster Bildung um Gott das tut uns war schon mehr so dass du sie echt üben auch geht mir für heute reicht das ich 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 werde morgen ist ein neuer Tag neuer Partner Aufnahme Boah Maumor mein Wort vorne also blit drauf losstürzen mach ich die Nummer ich gehe langsam an und zu Länders mir noch Nummer zu hoch meine Fresse die Schreckhaft das ist ein Ding ich hoffe die dieser furchtbar kurze Part wird euch gefallen haben ja es ist ist dürfte der Zukunft mehr solcher games geben so wie kann ich schon mal sagen denn in einerseits macht das auch schon hohen Spaß und andererseits ist das schon erschreckend gruselig also also sie bekommt er dort ja naja wie auch immer ich würde mal sagen wir sehen uns das nächste Mal bei irgendeinem anderen Horrorspieler oder wahrscheinlich wieder bei dem aber jetzt erst mal bis dann dann ja 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 ja